Oh mein Gott, das ist die schwerste Challenge. Leute, wir sind nur noch 50.000 Abonnenten entfernt von den 300.000. Alles, worum ich euch bitte ist, liked das Video, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Es würde mir sehr helfen. Danke. Was geht, Mars geht, Banana Gang? Oh scheiße. Hoffe, ihr habt alle genügend Wasser gegessen. Oh mein Gott. Bevor ich anfange, würde ich mich wirklich freuen, wenn du das Video likest. Für die Trends. Heute werde ich die Nicht-Aim-Zielen-Scope-Challenge machen. Das heißt, ich werde nicht anvisieren können. Und deswegen gehen wir dafür jetzt erstmal in die Einstellungen und nehmen Anvisieren mal komplett raus. Damit das noch ein bisschen schwieriger wird, nehme ich auch mein Crosshair raus. Banana Gang, euer Boy Braxis hat wieder sein komplettes Geld für Chicken Nuggets ausgegeben. Immerhin bin ich ehrlich zu euch, deswegen trage jetzt meinen Creator-Code Braxis-YT im Itemshop ein, damit ich noch mehr Chicken Nuggets kaufen kann. Oh nein, ich habe vergesst, meinen Crosshair auszuschalten. Er will an meine Kiste. Komm her, Maul! Dachtest du, du kannst an meine Kiste? Ich brauche unbedingt die Tommy Gun. Oh, da ist ein Gegner. Da liegt auch Midas, perfekt. Da bleibt alles so wie dir, ey. Ey Midas, Bro, ich brauche mal ganz kurz deine Tommy Gun, ja? Halt, stopp! Achtung, Achtung, hier spricht die... Halt dein Maul. Ja, okay, chill, chill, chill. Oh nein. Oh mein Gott, das war doch bestimmt... Das war doch ein Bot, oder? Das war ein Bot. Er schießt auf meine Heli. Aua, aua, Braxis ist sauer. So, das hast du jetzt davon. Stopp! Denk dir einfach, der kann auf meine Heli schießen. Ich glaube, ich spinne, ey. Na, Muskelkater, wie viel drückst du Hantelbank? Freit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Hantelbank. Hä, wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Ich habe Rechtsklick ausgemacht, ich trottel. Du bist so dumm, ey. Nein! Mach kein Auge, mach kein Auge! Nein, ich bin so doof. Hä, das ist meine erste Runde. Ich weiß gar nicht, was du meinst, Banana Gang. Oh! Der schießt denn auf mich? Oh nein, ohne Crossy ist das schwer. Wow! Ohne Crossy habe ich ihn auseinandergenommen einfach. Tschüss! Oh mein Gott, nein. Nein, 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 nein. Ich muss mich kurz... Nein! Er kommt schon, hör doch auf! Ah! Hallo, Motherfucker! Oh mein Gott, ich habe ihn einfach auseinandergenommen mit drei HP. Jo, was machst du denn hier? Fuck, 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 fuck! Mit mir hast du nicht gerechnet, oder? Warte mal kurz, wir müssen mal ganz kurz hier sein Loot nehmen. Banana Gang, ihr wisst, ich bin nicht der beste Spieler, aber das ist wirklich die schwerste Challenge hier. Was passiert hier gerade? Das war einfach ein Faker. Einfach ein Faker, das gibt es doch nicht. Wie soll ich den denn treffen ohne Crosshair? Ah! Jetzt haust du ab, ne? Jetzt haust du ab! Wow, Alter! Und was geht hier unten ab, ey? Noch ein Faker! Du Faker! Wow, Franz, Franz, chill! Nein, Franz, das übrigens Franz hier drüben. Franz, mach kein Auge! Oh, nein! Oh mein Gott, was ein Headshot! Hä, da ist doch einer! Und guck mal, wie Midas auf ihn wartet! Oh mein Gott, mein Aim ist besser ohne Crosshair! So, du auch, Midas! Noch so ein Faker! Das ist ein Fisch! Leute, wir haben einen Krieg gegen die Fische. Wir müssen den Fisch jetzt holen. Die Fische haben uns nämlich gedisst. Komm her, Alter! Niemand disst die Bananen! Nimm das, Junge! Wo ist dein Diss jetzt, hä? 20.000 Likes auf diesem Video und ich mach'n Diss-Track gegen die Fische. Jo, da ist hier einer! Schokolade! Schokolade! Ohne Crosshair ist das unmöglich! Er will alles in die Luft jagen! Oh, er wollte mich die ganze Zeit in die Luft jagen, oder was? Was geht denn bei ihm falsch? Oh nein, auf die Entfernung ist Leben nicht mehr so viel, aber auf die Entfernung hab' ich keine Chance! Ohne Crosshair ist das unmöglich, ey! Komm her, komm her, komm her, bitte, 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 komm her, komm her, komm her, komm her! Komm schon! Nein, Mann, ich bin so schlecht! Okay, ich hab' ne bessere Idee. Wie werde ich besser in Fortnite? So! Was? Du wärst niemals gut in Fortnite-Praxis? Deinstallier einfach Fortnite! Selbst googelt es mich einfach, Mann! Jetzt zeig' ich Google, wer schlecht ist in Fortnite, ey! Oh, da ist noch einer! Knackstrikot! Oh nein, 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 nein! Midas? Midas kommt einfach zu, der Ehrenmann, deswegen darf Midas jetzt leben! Schreibt mal alle in die Kommentare, Ehrenmann-Praxis, weil du Midas am Leben gelassen hast! Midas, hau rein, Bro! Wir sehen uns! So, oh! Wow! Alter, stellt euch mal vor, Midas wär das gewesen und er hätte mich einfach umgebracht. Midas! Yo, Bro, ich bin's! Hey! Lass mal Midas hier in Ruhe! Midas ist jetzt mein Freund! Oh, warte, Midas, da will dich einer töten! Ich hab' Midas wieder gefunden! Midas, Bruderherz! Was geht ab, Alter? Ehrenmann! Komm, wir holen das jetzt zusammen! Komm, Midas! Komm, mein Freund Midas! Midas hat mich einfach am Leben gelassen, Ehrenmann! Nein! Was machen wir jetzt, Midas? Ja, bist du... Ja, okay, das... Ja, das machen wir, das machen wir, komm! Was machen wir jetzt? Ich... Ich bleib' jetzt nur noch mit Midas. Midas! Er ist voll der Ehrenmann! Ja, wie das schießt... Oh, da schießt einer Midas! Steck auf, komm, 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 wie das ist abhauen! Midas! Midas, lass doch mal abhauen! Nein, 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 nein! Das ist Franz! Midas, du hast Franz! Franz erledigt! Gut gemacht! Oh mein Gott! Waschießner! Nein! Nein, Midas! Nein, 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 Midas, Midas, versteck dich! Bitte versteck dich! Komm schon, komm schon! Oh, oh, Midas! Nein, Midas, er kommt! Ehrenbruder, Midas! Nein! Nein! Der hat meine Kiste geöffnet! Das war eine epische Kiste! Nein, komm zurück, Nosekin! Nein, Mann! Oh mein Gott! Der Deadpool-Skin! Ja, nach hinten! Okay, der war jetzt ein bisschen lost! Wo ist denn jetzt mein Nosekin? Der hat hier irgendwas episches für mich! Mach auf! Aufmachen! Oh, hat er sich gerade selber in die Luft gejagt? Nein! Wow, wow! War doch nur Spaß! Dark Bomber, Farb Bomber, geh weg! Oh mein Gott, Alter! Ui, 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 ui! Hey, da ist noch einer! Und er schießt auf mein Heli! Alles klar, das gibt Krieg! Das gibt Krieg! Aua, Aua, Brax ist sauer! Oh mein Gott! So, jetzt hast du Ärger! Jetzt kriegst du Ärger mit mir! Wow! Das ist so schwer ohne Crosshair und ohne diesen Scheiß anvisieren-Quatsch! Was macht er denn jetzt hier? Wow! Wow! Ich muss hier weg! Alter, Mann! Hör doch jetzt auf! Da macht ein Auge, oder? Da ist noch einer, der Auge macht! Wow! 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 Nein, 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 nein! Wer macht denn da? Okay, da macht ein Auge! Ich bin tot! Ja! Nice! Gut gemacht! Ja! Wow, war das! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warum mischt sich denn der andere ein, Mann? Alter, das ist jetzt mein letzter Versuch, sonst raste ich hier komplett aus, ey! Meine Güte! Seit einer halben Stunde sehe ich keinen und da sehe ich auch schon wieder einen! War das wieder ein Deadpool-Skin, Alter? Ne, das ist... Was ist das für ein Skin? Warte mal, warte mal! Oh, da schießt noch einer! Da sind viel mehr Leute! Alter, meine Güte, ey! Oh, ich muss mich mal ganz kurz hier heilen, ey! Ey, yo, Wannabe! Jungs, ich muss mich verstecken! Ich muss das machen! Was macht ihr hier? Wannabe bist du's? Freunde, im heutigen Video machen wir dir nur eine Waffe-Challenge in Fortnite! Da kommt noch einer! Das gibt's nicht! Hat er... Hat er den gehört? Hört er den? Warte mal! Oh mein Gott! Der hat ihn nicht gehört, oder? Der geht da hinten raus! Er geht zu ihm! Okay, Leute, ich muss weg! Die Zone kommt! Ich brauche noch ein bisschen Metz! Ich brauche... Ich habe gar keine Metz! Nein! Oh mein Gott! Ich habe gar keine Metz! Oh mein Gott, Alter! Ich brauche mehr... Oh! No Skin! Hä? Was macht er da? Nein! Okay, okay! Das war ein anonymer... Okay, okay! Es leben nur noch acht, Leute! Ich habe zwei Kills! Es leben nur noch vier! Ich muss nur noch campen! Komm, ich helfe dir ein bisschen! Komm schon, komm schon, komm schon! Komm, ich helfe dir! Komm! Hol ihn! Hol ihn, da ist ein Flexer da unten! Komm! Du hast High Ground! Hol ihn! Guck mal, wie der da unten macht, als wär's Grimps! Alter! Komm schon, komm schon, komm schon! Das Leben nur noch drei! Also eigentlich nur noch zwei! Mit mir zusammen sind wir drei! Ich kann das schaffen! Brax ist, du schaffst das! Brax ist, du schaffst das! Oh mein Gott! Hol ihn doch endlich! Ich habe High Ground, ich habe High Ground! Komm schon, komm schon, komm schon! Was macht ihr? Wo sind die? Wieso sehe ich die nicht? Hä? Komm schon! Er hat ihn! Oh mein Gott, wo ist der? Komm schon, komm schon, Brax ist! Ich kann's schaffen! Oh mein Gott! Nein! Ja! Ich habe's geschafft! Oh mein Gott! Nice! GG! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.